Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, du hast heute den Stempel mitgebracht. Genau. Der Stempel steht für den Stempel, den wir dem Kunden im Verkauf aufdrücken wollen. Häufig machen wir das mit Suggestionen. Das heisst, wir wollen ihm eine Meinung mitgeben, die er über unsere Produkte und Dienstleistungen haben soll. Das ist nicht nur ein schlechter Stil, sondern auch gefährlich, weil der Kunde sich so sehr schnell unter Druck fühlen kann. Was ist dieser Tipp? Ganz einfach. Lass den Kunde selber entscheiden, was er will. Ihr wollt doch auch nicht, dass sich euer Kunde unter Druck fühlt. Ist das nicht eine Suggestion? Ganz genau. Guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Bis zum nächsten Mal.